Im letzten Video haben wir mit einer Wenn-Funktion eine mehrsprachige oder vielmehr eine zweisprachige Tabelle erstellt, wo man dann hier per Dropdown wählen kann, Deutsch, Englisch und da haben sich dementsprechend die Überschriften hier geändert. Und die Funktion sah so aus, man hat ein Wenn, A2 ist gleich Deutsch, dann kommt der deutsche Begriff, in dem Fall Vorname, ansonsten der englische Begriff. Was ist jetzt, wenn ich jetzt eine dritte Sprache haben will, zum Beispiel Französisch? Okay, wir fangen mal so an, wir fügen hier, wir haben zur Zeit nur zwei Sprachen, wir fügen hier eine dritte Sprache und da geht man wie in dem letzten Video auf Daten und dann Datenüberprüfung. Man hat unsere, wir sehen hier, das ist unsere Liste, Deutsch, Englisch, nochmal ein Semicolon hinzufügen und dann kommt der dritte Eintrag, nämlich in dem Fall Francais. So, und jetzt haben wir drei, Deutsch, Englisch und Französisch. Jetzt wollen wir weiterhin mit einer Wenn-Bedingung arbeiten. Die Frage ist, wie kann man die Wenn-Bedingung erweitern? Vom letzten Video wissen wir, dass die Wenn-Bedingung nur zwei Möglichkeiten erlaubt, dann und sonst. Wir brauchen jetzt aber drei, weil wir jetzt nicht nur zwei Sprachen haben, sondern eine dritte, nämlich Französisch. Da ist eine simple Wenn-Bedingung nicht mehr ausreichend, sondern man braucht jetzt zwei Wenn-Bedingungen. Eine in der anderen verschachtelt. Eine Skizze habe ich dann hier gezeigt. Und zwar, da sieht man hier, hat man die ursprüngliche Wenn-Bedingung. Wenn, vergleich, dann sonst. Und dann im Sonst-Wert kommt eine weitere Wenn-Bedingung, die dann weiterhin auch ihre eigene Dann- und Sonst-Werte hat. Das heißt, vorher war es bei uns so, Sprache ist gleich Deutsch. Dann hatten wir hier den deutschen Begriff, Vorname, und hier den englischen Begriff. Das ist hier nicht mehr ausreichend, weil wir jetzt drei Sprachen haben. Dann kommt hier eine zweite Prüfung. Wenn Deutsch ist Vorname. Ansonsten kommt hier die zweite Wenn-Bedingung. Sprache ist gleich Englisch. Dann kommt der englische Begriff. Nein. Ansonsten. Dieses Sonst heißt, es ist weder Deutsch noch Englisch. Dann ist dann, was übrig bleibt, nämlich der französische Begriff, nämlich Dreh-Nun. Und natürlich kann man das dann auch umgekehrt machen, indem man sagt, okay, man kann es auch so machen. Sprache ist Branche. Dann kommt dann halt umgekehrt. Hier erstmal der französische Begriff und hier unten dann der englische Begriff. Ich mache das ein bisschen breiter, dass man das sehen kann. Das heißt, wenn die Sprache Deutsch ist, Vorname. Wenn es nicht Deutsch ist, dann ist sie französisch. Okay, Prénom. Ist es weder französisch noch Deutsch, dann kommt halt der englische Begriff. Nein. Das könnte man jetzt hier implementieren. Wir gehen jetzt in unsere Wenn-Funktion. Da ist unsere Wenn-Funktion. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man das implementieren kann. Man kann es einmal mit dem Assistenten probieren. Das machen wir gleich. Und hier, laut Skizze, muss hier jetzt eine zweite Wenn-Bedingung hier reinkommen. Und dann mache ich das Name weg. Jetzt eine weitere Funktion kann ich mit diesem Feld hier, das Feld ist neben der Bearbeitungsleiste, ist hier ein Feld. Ich kann natürlich direkt auf Wenn-Klicke, aber nehmen wir an, ich sehe die Wenn-Funktion und die Wenn-Funktion steht nicht hier. Dann kann man hier auf den Pfeil klicken. Man kann entweder hier die Funktion wählen oder, sagen wir mal, wenn wir die Funktion auch hier nicht sehen, dann kann man hier auf weitere Funktionen gehen und man gelangt zurück zu diesem Funktionsassistenten. Auf alle und da könnte man eigentlich theoretisch die Wenn-Funktion auch so anklicken. Da ist sie. Okay. Und man sieht jetzt von der Bearbeitungsleiste, das ist unsere erste Wenn-Funktion, die ursprüngliche, und hier ist die zweite. Die zweite ist in der ersten verschachtelt. Deswegen nennt man das, was wir jetzt gerade machen, verschachtelte Wenn-Funktion. Das heißt, eine Wenn-Funktion in der anderen. Jetzt hier geht das wie gehabt. Hier hat man Deutsch, Vorname, ansonsten. Jetzt machen wir hier laut Skizze, soll das dann heißen, die Sprache ist wie gehabt in A2, ist gleich. Fronzee ist ein Text, deswegen auch wieder die Gänsefüßle. Was soll, wenn Fronzee ist, ist dann Pen-O. Ansonsten ist es dann der englische Begriff. Okay. Und wenn ich jetzt, man sieht, hier sind mir, das ist die zweite Wenn-Funktion, wenn ich in der ersten Wenn-Funktion rein will, muss ich einfach hier in der Bearbeitungsweise klicken. Und jetzt sind wir in der ursprünglichen, in der äußeren Wenn-Funktion. Und da sieht man, hier ist die zweite Wenn-Funktion. Anstatt vorher in dem ursprünglichen Video, oder im ersten Video, war hier der englische Begriff. Jetzt ist hier eine zweite Wenn-Funktion. Okay. Und das ist so, genauso wie es in der Skizze da dargestellt ist. Und auf OK. So, und jetzt könnten wir das mal ausprobieren. Bei Deutsch Vorname, bei Englisch Name, und bei Francais ist Präon. Okay. Jetzt hier, wir könnten hier dasselbe machen, jetzt probieren wir es mal manuell zu machen, also ohne Assistent. Dann gehe ich hier rein, mache das Surname weg und schreibe eine zweite Wenn-Funktion. Diese zweite Wenn-Funktion kriegt eine Klammer auf. Prüfung oder Kondition ist A2 ist gleich Francais. Dann ist der Begriff Non. Ansonsten kriegen wir den englischen Begriff, nämlich Surname. Und jetzt nicht vergessen, eine Klammer zu. Ja, wir müssen hier am Ende zwei Paar Klammern haben, einmal für die innere Wenn und einmal für die äußere Wenn. Und so hat man jetzt das zweite gemacht. Bei Geburtsdatum und Firma könnte man genau dasselbe machen. Und zwar, wir können das dann einfach kopieren. mit Steuerung und C habe ich diesen Teil kopiert und kann dann hier anstatt Birthdate kann ich dann das dann einfügen. Man sieht hier, durch das Fenster ist, man sieht nicht die ganze Form. Man kann diesen Formelbereich einfach erweitern oder tieferstellen. Und so, und jetzt muss ich nur noch hier den französischen Begriff für Geburtsdatum, das ist Date de Naissance. Wir machen es mal Naissance. Naissance oder der englische Begriff dann Birthdate. Und bei Firma werden wir genau dasselbe machen. Wir kopieren es erneut. Und dann könnte man es dann hier genauso einfügen. Und hier kommt dann der Begriff Entreprise oder Company. Ja, wenn man das jetzt testet, Deutsch, haben wir Englisch und Französisch. Und was so schön war, könnte man es nochmal probieren. Wir können es mal so von Null alles erneut erstellen. Machen wir es mal ohne Assistent. Und zwar ist gleich ist gleich wenn, das ist die erste wenn. Was ist die erste Kondition? A2, also da, wo unsere Sprache ist, soll deutsch sein. Dann, was soll dann sein? Dann soll da drin Firma stehen. Ansonsten, also jetzt ist es nicht deutsch. Was kann es noch sein? Ansonsten, dann kommt die zweite Wendfunktion. Und jetzt hier ist dann A2 ist gleich Französisch. Dann was? Dann ist der französische Begriff oder kommt der französische Begriff für Firma und drückt ist. Sonst kommt der englische Name für Firma und das ist Company. Und dann erste Klammer schließt die innere Wendfunktion und die zweite Klammer schließt die äußere Wendfunktion und so hat man es. mit dem Assistent, wir können es auch mit dem Assistent probieren, machen wir Geburtsdatum komplett weg. Jetzt haben wir gar nichts. Und hier mit dem Assistent, man fängt an mit der ersten Wendfunktion. Die Prüfung ist A2 ist gleich Deutsch. Dann kommt der Begriff Geburtsdatum. Großschreiben. Ansonsten, jetzt kommen wir hier zu der zweiten Wendfunktion. Sie ist hier sichtbar. Und jetzt kommt die zweite Prüfung und das ist die A2 muss gleich Francais sein. Dann kommt der französische Begriff für Geburtsdatum. Haben wir gesagt Nessance. Ansonsten der englische Begriff. und das ist dann Birthdate. Und so sieht man, hat man dann eine mehrsprachige Tabelle. Jetzt, wenn wir jetzt weitere Sprachen hinzufügen wollen, nehmen wir mal Spanisch oder Italienisch, dann müssten wir weitere Wends hinzufügen und diese Verschachtelung macht das Ganze dann immer komplizierter. Deswegen, Wenn-Funktion ist ideal für zwei, es könnte auch drei vertragen, aber wenn wir jetzt mehrere Sprachen wollen, mehr als drei, dann ist die Wenn-Funktion überfordert und da kommt eine andere Funktion im Spiel im Spiel, das heißt die heißt S-Verweis. Das machen wir dann im nächsten Video. Mit dem S-Verweis kann man beliebige Sprachen haben und das wäre dann eine einfache Lösung für unser Projekt hier, weil wir mit der Wenn-Funktion ein oder ein oder ein Vielen Dank.